Hallo Elder Squads Online Fans und auch MMO Gamer. Heute möchte ich mal über das Thema Leaks sprechen. Leaks im Allgemeinen und Leaks, die über Elder Squads Online gehen, die dementsprechend in den letzten Tagen herausgekommen sind. Ich werde euch hier keine Informationen geben, die dementsprechend noch nicht bekannt geworden sind. Das heißt, ich hoffe, ihr erwartet hier keine weiteren Leaks über das Spiel. Darüber soll es nicht gehen, es soll hier ja um Allgemeinen die Leaks gehen, die hier herausgekommen sind. Und ich möchte auch nicht speziell über diese Leaks sprechen und mir deine Meinung darauf bilden oder euch dementsprechend das weitergeben. Ich möchte nur darüber sprechen, was Leaks dementsprechend anstellen können mit einem Spiel oder auch mit Dingen, wo dementsprechend viel, ich sage mal, Informationen und viel Herzblut drin steckt. Ich würde hier sehr aufpassen, was die Leaks über Elder Squads Online angeht, denn diese Leaks wurden dementsprechend erstellt von jemandem, ich möchte hier nichts unterstellen, der schon vielleicht eher böswillige Absichten hat. Das ganze Video, was hier im Internet kursiert, ist ungefähr 20 Minuten lang und zeigt ungefähr ein Startgebiet. Mehr oder weniger will ich darüber jetzt auch gar nicht äußern. Das Ganze wurde so weit im Internet verteilt, dass das Ganze auch nicht mehr einzudämmen ist. Und deswegen hat Zenimax auch schlechte Karten, dass das dementsprechend irgendwie nochmal von der Bildschwäche komplett verschwinden wird. Auf jeden Fall dementsprechend, ich habe mich sehr informiert über das Spiel und auch sehr dementsprechend nach Leaks gesucht, weil ich mich einfach persönlich über das Spiel informieren will, aber ich will noch keine Meinung bilden. Und das ist das, was viele Menschen jetzt darauf schon tun. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gefährlich. Denn diese Leaks wurden, wie gesagt, nicht aus gutem Grund versteckt. Diese Leaks sind, wie gesagt, Leaks, die dementsprechend nicht freigegeben werden. Und das hat seinen Grund. Welche Gründe? Das ist dementsprechend relativ selbsterklärend. Selbsterklärend. Zenimax will das Ganze noch nicht veröffentlicht, weil das Ganze noch nicht fertig ist. Es wurde schon sehr oft bei Spielen und Beta-Zuständen Informationen herausgegeben, die dementsprechend dann falsch waren oder die dementsprechend dann nochmal komplett überarbeitet wurden und dementsprechend dann ein Spiel, ein Film, Musik, sonst was, ja, einen schlechten Ruf wegbekommen hat, würde ich mal sagen. Ich will gar nicht sagen, dass Elder Scrolls Online jetzt einen schlechten Ruf bekommen wird, nur wegen der Leaks. Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich persönlich freue mich immer noch sehr, sehr, sehr über dieses Spiel. Es sind mittlerweile auch einige Stimmen im, sag ich mal, Beta-Forum laut geworden. Darüber möchte ich eigentlich jetzt auch gar nicht groß sprechen oder die zitieren. Denn, wie gesagt, man sollte hier sehr vorsichtig sein. Diese Informationen sind natürlich alles subjektive Meinungen. Das heißt, jeder Spieler bildet sich natürlich seine eigene Meinung. Der eine findet WoW voll cool und der andere sagt, das ist das Schlimmste MMO der Welt. Deswegen muss man hier sehr vorsichtig sein, was subjektive Meinungen angeht und vor allem die Meinungen, die dementsprechend dann in diesem Beta-Forum gepostet werden. Der eine sagt, ja, die Grafik ist sehr cool. Der andere sagt, die Grafik ist scheiße. Der eine meint, die Quests sind langweilig. Der eine hat sich sehr gefreut. Wie auch immer. Deswegen sollte man hier sehr vorsichtig sein, sich eine Meinung auf subjektiver Meinung zu bilden. Das ist sehr, sehr gefährlich, wenn ich mir eine Meinung darauf bilde, was mir jemand anderes erzählt und die dementsprechend dennoch weitergebe oder verteile. Da wird wirklich sehr, ich meine, ihr kennt das Problem wahrscheinlich von stille Post. Der eine fängt was zu erzählen an und wenn es nachts über zehn Leute gegangen ist, dann ist wahrscheinlich der komplette Sinn dementsprechend schon wieder völlig verloren gegangen. Deswegen passt bitte auf, was Leute euch erzählen, was für Leaks ihr findet und was für Stimmen ihr dementsprechend auch glauben könnt. Deswegen wartet ab, bis die Beta dementsprechend in den Open Beta-Status gegangen ist oder zumindest die NDA gefallen ist oder offizielle Stellen dementsprechend auch Informationen rausgegeben sind. Natürlich muss man immer aufpassen, was offizielle Stellen angeht. Offizielle Stellen wollen natürlich immer Sachen verschönigen. Die wollen immer, dass ihr Produkt schön dasteht und meistens sind Spielezeitschriften oder Online-Seiten, die große Zuschauer haben, die dementsprechend vom Publisher gefeatured werden. Die müssen immer aufpassen, da es dementsprechend sie, ja, ihnen nicht der Arsch weggeklagt wird. Zum einen, wenn sie Scheiße erzählen und zum einen muss man natürlich auch aufpassen bei offiziellen Stellen, dass die dementsprechend, wenn sie schon vom Publisher bevorzugt werden, dementsprechend natürlich auch was Positives über den Publisher sagen wollen und über das Spiel, weil die dementsprechend sonst nicht mehr mit Informationen und Sachen beliefert werden. Das ist dementsprechend schon öfters passiert bei Zeitschriften, Online-Seiten. Deswegen seid natürlich sehr vorsichtig, was Sachen angeht. Allerdings, wie gesagt, seid auch sehr vorsichtig, was subjektive Meinungen angeht, aus dieser Beta, aus der, wie gesagt, mittlerweile Informationen geleakt werden. Ich, mein Teil, möchte über diese Leaks nicht sprechen, außer über dies, was ich jetzt getan habe. Und ich denke, ihr versteht auch, warum ich das momentan nicht tun würde. Natürlich könnte ich jetzt weitere These-News machen und euch erzählen und meinen und Mutmaßungen anstellen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Das, was ich bis jetzt veröffentlicht habe an Informationen, waren alles öffentliche Informationen, waren alles bestätigte Informationen und ich möchte auch, dass ihr dementsprechend keinen Bullshit erzählt bekommt von mir. Natürlich kann es immer passieren, dass ich auch mal Bullshit labere. Das will ich gar nicht, ja, verleugnen. Natürlich labere ich auch ab und zu mal Bullshit und dann wäre es sehr schön, wenn ich dementsprechend auch korrigiert werde in den Kommentaren. Da freue ich mich eigentlich drüber. Kritik bin ich eigentlich immer sehr offen gegenüber. Aber, wie gesagt, möchte ich nicht darauf eingehen, was dementsprechend Leute erzählen und darauf mir dann eine Meinung machen und euch das nie wieder weiter erzählen. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Deswegen möchte ich warten, bis dieses Spiel erschienen ist oder bis dementsprechend wirklich interessante neue News herausgekommen sind. Wenn diese News herausgekommen sind, werde ich natürlich auch wieder einen weiteren ESO-News-Teil machen. Dementsprechend natürlich aus Gameplay, hoffentlich vielleicht aus der Beta, wenn das dann erlaubt ist, oder auch dementsprechend natürlich wieder aus Elder Scrolls, Skyrim oder gucken wir, ob wir Oblivion spielen. By the way, schaut mal auf dem Kanal vorbei, da ist ein Ausflug über Elder Scrolls Online. Äh, Elder Scrolls Online erzähle ich schon, ja, das ist, weil ich nur noch an Elder Scrolls Online denken kann. Ähm, nein, das ist ein Ausflug in Oblivion, wo ich in der Magier-Gilde unterwegs bin. Ähm, vielleicht interessiert euch das ja, schaut da mal vorbei. Ansonsten werde ich dazu auch weiteres machen. Ja, ich hoffe, dass euch der Teil jetzt gefallen hat, der mehr oder weniger diesmal ein Podcast war, eine Podcast-News, wo ich mehr oder weniger, wobei es war eigentlich keine wirkliche News, ich habe euch ja nichts Neues erzählt, außer dass es natürlich diese Leaks gibt, aber ich hoffe, das habt ihr mitgekriegt, aber dementsprechend möchte ich das ja auch nicht verlinken oder sonst was, ähm, aus den genannten Gründen. Wie gesagt, seid dort sehr vorsichtig, ob ihr euch darauf eine Meinung bilden wollt oder nicht. Ich weiß, es ist sehr interessant und ich habe es mir auch angeschaut, aber, ja, mich würde das vielleicht auch mal interessieren, schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von Leaks im Allgemeinen. Ich möchte jetzt nicht hören, wie ihr die Leaks fandet, ob ihr die Grafik toll fandet, ob ihr das Quest-System toll fandet oder was auch immer. Das möchte ich noch nicht hören, darüber möchte ich gerne mit euch überdiskutieren, wenn es denn dementsprechend so weit ist in der Beta. Aber mich würde interessieren, was haltet ihr von Leaks im Allgemeinen. Man muss hier natürlich sehr aufpassen, ich meine, man kann ein gutes Beispiel geben, jetzt an Microsoft, dort wurde angeblich geleakt, dass die angebliche Next-Gen der Microsoft, die Microsoft, also die, die Microsoft, sag ich schon, die Xbox 720, die Next-Gen, angeblich einen Online-Zwang haben wollen. Und da ist natürlich ein riesen Shitstorm erstmal ausgebrochen, ob das Thema entsprechend auch so ist und dann wurde auch jemand gefeuert, ich weiß nicht genau seinen Namen und ich will es eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Auf jeden Fall ist dort dementsprechend schon scheiße passiert und ich würde mich sehr, sehr ärgern, wenn das zum Beispiel bei Elder Scrolls Online passieren würde. Es würde natürlich sehr groß ausfallen, denn man merkt schon, dass Elder Scrolls Online auf einem gewissen Hype aufbaut. Sie bauen einen Hype auf, das ist ihnen vielleicht gar nicht so bewusst, obwohl das Spiel wird sehr groß und es wird so oder so sehr viele Stimmen gehen, die am Ende sagen, das Spiel ist scheiße, weil das Spiel halt dementsprechend einfach einen Hype aufbaut, dem er wahrscheinlich am Ende nie gerecht wird. So was kann es meistens nie. Deswegen, ja, muss man da einfach meine Meinung abwarten und deswegen gibt es auch meiner Meinung erst neue News zu diesem Spiel, wenn es dementsprechend auch erschienen ist und dann gibt es auch erst neue Bilder und neues Gameplay. Daher dieses Mal nur den hübschen neuen Screenshot, den ich euch übrigens gerne verlinken möchte in der Beschreibung. Schaut da einfach mal rein, falls ihr da einen hübschen neuen Screenshot sucht, schaut da mal rein. Ansonsten keine neuen News zur Zeit, ansonsten gibt es, glaube ich, auch nichts Neues zu sagen zu dem Spiel. Das Wichtigste habe ich euch alles schon erklärt in den News-Teilen zuvor und die dementsprechend bestätigten News kennt ihr alle. Ich hoffe, das Video bzw. der Podcast dieses Mal hat euch auch gefallen und ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, neue Elder Scrolls News und wenn es dementsprechend auch heißt, wenn ich einen Blick in die Elder Scrolls Beta werfen werde. Ich habe mir jetzt schon eine Gilde gesucht und freue mich da wirklich sehr, weiterhin aktiv zu sein und natürlich auch meine Meinung und meine Informationen und meine Eindrücke mit euch zu teilen, wenn es dann meine Meinung und meine Eindrücke sind und nicht dementsprechend irgendwelche unveröffentlicht, unausgesprochenen, ja, Leaks, dementsprechend aus dieser Beta, worüber man noch nichts sagen könnte und man sich auch keine Meinung bilden sollte. Das aus gutem Grund, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich freue mich und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns weiter in weiteren Elder Scrolls Teilen und, ja, ansonsten auf dem Kanal, in vielen, vielen anderen Dingen, WoW und, ja, meinem Let's Play, dem Ausflug in Oblivion und, und, und. Und bis dann, Leute, euer Dead Legacy.